Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, leidet euch ein hinter dem Lautsprecherwagen. Bitte lauft nicht vor dem Front-Transby, damit wir einen schönen Zug bieten können. Und jetzt möchte ich noch mal Udi, ich habe ihn schon entdeckt, Udi, wollt ihr Udi? Udi, zur Einstimmung, Udi mit seinem sensationellen Anti-Hakta-Song. Ja, guten Tag. Ein paar kennen mich noch von der letzten Akta-Demo. Also, ich singe euch jetzt, was mehr oder weniger schön ist. Und ihr müsst immer das letzte Wort von dem Satz ein bisschen mitschreiten. Gut, wollen wir anfangen, wa? Und es standen zwei Gestalten, die von Akta gar nichts halten. Und sie schrien an die Akta. Und sie schrien an die Akta. Und da kam der Dritte, der mit ihnen debattierte. Und sie schrien an die Akta. Und sie schrien an die Akta. Und da kam der Fünfte.